Hier ist Stereo in 3D und heute haben wir einen Gastmix von DJ Kaspar aus London. Ich will gar nicht so viel reinreden, sondern die Musik sprechen lassen. Viel Spaß, den ihr auf jeden Fall haben werdet. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Ja, feel the house music, feel the music of DJ Kaspar. London UK, heute hier im freien Radio bei Stereo und 3D, Thronmoven. Untertitelung des ZDF, 2020 You'll never succeed or progress, searching for peace through material objects. You go to extremes in the process, accuse others when it's you showing your true colors. Busy selling your dreams, but all your cream contributes to your lack of self-esteem. So it was seen, cause every day of the week you act different. You see your peoples, you speak, the eyes shifting. Front and Watson, you love to perform, but when the crowd's gone, word is born, you get your murk on. Is this the real definition of what a snake is? Y'all should've been politicians, that's where the cake is, but it didn't work with the fake ass smirk. See the meek shell inherit the earth, for what it swerve, uh. Turn around, yo, you're backwards, you know what the facts is. You faking jacks, kid. There you go, you're backwards. Okay. I don't know where to dig the bow. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So we gotta We're gonna beat like this Makes me wanna go back, you know Back in the 70s, you know Something like my man James Brown Would say Hey, 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 hey Yeah, you know God No, we gotta 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bye. Bis zum nächsten Mal. Bye. 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 Ja, das war's für heute mit Stereo in 3D. Vielen, vielen Dank. Thank you, DJ Kasper. Schaut nach London und ihr könnt auf jeden Fall mehr von Kasper hören. Er spielt immer sonntags bei der Underground Session auf mixlr.com und außerdem könnt ihr noch mehr hören auf soundcloud.com slash tundekas41 tundekas41 euch viel Spaß jetzt mit Ufo Hawaii. Verantwortlich für die Sendung war Jens Engel. Schönen Abend. Ciao.